Ja, so, ich bin vor der Vielfalt in Deutschland, vor Religionsfreiheit, dass jeder kann machen, was er will in seinem Leben, in seinem Personalleben, in der Religion und natürlich was passiert in der Vergangenheit in Deutschland. Und ich hoffe, dass es nicht passieren, natürlich nicht in Deutschland, und jeder Platz in der Welt. Und das ist wichtig für mich.